Ja, herzlich willkommen. Wir wollen über das Thema Honorare versus Provision sprechen. Zuerst einmal die blöde Frage in der Runde, ist es wirklich ein Versus? Gibt es überhaupt am Markt Modelle, wo beides da ist? Denn ich habe so das Gefühl, dass in der Diskussion, die aktuell geführt wird, zwei Dinge vorhanden sind. Zum einen schaut man woanders hin, Brüssel und Co., und sagt, naja, wir können das entscheiden, es wird woanders entschieden. Diese Zukunftsfrage. Und auf der anderen Seite gibt es Anbieter, da schaue ich ganz bewusst in deine Richtung, gibt es Anbieter, die einen sehr absolutistischen Eindruck erwecken. Wir haben das Modell der Zukunft, das über Spitze jetzt alle glücklich macht. Das hast du in der Vorhinein nicht gesagt, aber diesen Eindruck hat man da letztendlich nicht. Daher zuerst die Frage an den Branchenbeobachter, Franz Mark Hubinger, sind das wirklich so Gegenpositionen, die miteinander nichts zu tun haben? Also ich würde sagen, in der Phase, wie es jetzt ist, ist es klar, dass es Gegenpositionen sind, weil es natürlich auch entsprechend geschürt werden und natürlich Emotionen hervorrufen. Also ich glaube, dass es schlussendlich nicht nur in Gegenpositionen übergeht. Es kommt jetzt natürlich logischerweise darauf an, was kommt aus Brüssel. Vielleicht, ich weiß nicht, was jetzt gestern gesagt wurde, aber die letzte, IMP2 heißt es, geht ja jetzt in die Richtung, das Schadenunfall, gibt es eine Provisionsoffenlegung für alle Vermittler, inklusive den Angestellten Außendienst. Ich meine, kann man jetzt grenzen dazu, das kommt jetzt darauf an, wie es kommt genau. Und ein Provisionsverbot für die Prips, inklusive der klassischen Lebensversicherung für unabhängige Vermittler. Also dieser Entwurf, IMP, kommt jetzt auf Englisch mal Anfang Juli und entscheidend wird dann sein, erstens mal, was steht dann wirklich drin, bleibt so und vor allen Dingen, was ist die nationale Umsetzung in Österreich. Also so gesehen ist es jetzt natürlich relativ, weil die Antwort immer davon abhängt, was sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Aber, also ich bin der Meinung, dass es grundsätzlich mal Honorar und Provision sich mitsamen verträgt, aber eben für gewisse Bereiche und auf keinen Fall ausschließlich. Also das bedeutet zum Beispiel, Honorar ist für mich eindeutig die Zukunft, zum Beispiel bei diesen benannten Prips oder in der Vorsorge, ist es dort eine Zukunft, wo Kunden einfach über ausreichend Geld verfügen, vielleicht auch über ausreichend Wissen verfügen. Dort glaube ich einfach, dass in Zukunft die Honorarberatung ein Thema sein wird. Es durchaus auch sinnvoll sein wird, ähnlich wie im Versicherungsgeschäft, im größeren Gewerbe- und Industriegeschäft, wo es inzwischen mehr als eine Alternative ist. Ich bin aber auch überzeugt, dass es einfach nicht möglich sein wird, und Herr Rauch wird uns das Gegenteil erzählen und ich werde es trotzdem nicht glauben, ich glaube, dass es nicht möglich sein wird, in dieser Branche ein breitem Geschäft Honorar zu etablieren. Es wird dadurch einfach die Branche, mal nüchtern betrachtet, kaputt gemacht. Es werden natürlich andere Bereiche forciert werden, wie Internetverkauf wird dann vielleicht mehr möglich sein. Bankenverkauf natürlich wird mehr möglich sein, weil die sind ja gefühlt gratis. Und wie gesagt, da ist jetzt auch die Frage, wie kommt dann die Umsetzung ins nationale Recht genau. Weil wenn man jetzt sagt, so wie es jetzt drin steht, auch bei der Provisions-Offenlegung, für alle, was bedeutet das? Also ich möchte jetzt ein Beispiel, und da können wir dann vielleicht noch in die Diskussion, wenn Interesse besteht, noch näher drauf eingehen. Zwei Beispiele. Erstens, eine Bank, die Bank kassiert die Provision, der Mitarbeiter am Schalter natürlich nicht. Was lege ich offen? Jetzt vermute ich mal bei der Bank nichts. Und jetzt mache ich ein zweites Beispiel, mein Maklerbüro. Ich als UVK kriege die Provision, meine Mitarbeiter nicht. Weil wir ein eigenes System haben, ich glaube, es ist relativ einzigartig, aber es funktioniert gut. Es ist ein gutes System, ja. Natürlich kann ich, wie gesagt, sollen wir nachher noch näher drauf eingehen. Aber jetzt mal nur zum Anreißen. Ist natürlich schon ein variables System, also mit gewissen Anreizen, aber weg von der Provision. Und es ist auch in den Dienstverträgen so geregelt, dass keine Provision, jetzt frage ich mich, wie werde ich dann behandelt. Also hier gibt es einige offene Fragen, und wir können dann noch näher drauf eingehen, wie verträgt sich das, oder was glaube ich für die Zukunft, wie sich das gemeinsam verträgt. Aber eines wird sein, meiner Meinung nach, es wird in der Masse nur funktionieren, wenn der Schwerpunkt über die Leitvergütung Provision erfolgt. Das bin ich mir sicher. Ich denke nämlich auch in der Beobachtung zu sehen, dass es im Maklerbereich diesen Gegenpart ja gar nicht gibt, sondern dass da ja sehr wohl immer Mischsysteme gefahren werden, und einzelne Bereiche sehr wohl mit honoralähnlichen Lösungen abgewickelt werden. Vielleicht heißt es einfach nur anders dann, Betreuungsvergütung etc. Da fällt mir eben ähnliche Dienstleistungen ein, die die EFM bereits hat. Ist es so, dass sozusagen dieses Mischsystem einfach nur im Versicherungsmaklerbereich zu tragen kommt, aber dass sozusagen im Vorsorge-, im Anlagebereich man bisher nur mit Provision üblich war, und wenn, dann ist es wirklich nur für das Vermögen der Privatkunden dann ein Thema wäre. Naja, auch im Großbetriebsbereich oder Industriebereich ist das Thema Honorar inzwischen auch so ein heißes Thema unter den großen Industrieversicherungsmaklern, wo man pseudomäßig versucht vorzugaukeln, es gibt keine Provision und meint damit, es gäbe kein Vergütungssystem. Es ist eine Lüge aus meiner Sicht und damit gehört auch einmal aufgeräumt, wo die Versicherer immer, das ist so schlimm, wenn es einen Rückkaufswert gibt, wenn Innendienste Angestellte von einer Versicherung sagen, der Rückkaufswert ist deshalb so schlecht, weil der Makler so viel Provision kriegt. Das ist schlicht und ergreifender Schweinerei, da können wir das Gegenteil beweisen. Das Schlimme, was aber gerade jetzt passiert ist, und ich habe sie gar nicht gekannt, wusste nur, dass es sie gibt, aber das Schlimme, was jetzt passiert ist eines, dass die Konsumentenschützer auf Ideen aufspringen, die im Endeffekt nie wirklich gelebt werden können, weil da müsste man alle Kosten abschaffen. Und Vertrieb machen ja auch die Gesellschaft bei den Vertrieblern. Ist das kein Vertrieb? Und haben die kein Vergütungssystem in irgendeiner Form? Das heißt, wir werden das, solange es Menschen gibt, werden wir das nicht abschaffen können, dass es irgendwo eine Unterstützung und Vergütung gibt. Das wird nur anders benannt. Das heißt, aus dem Theater, und das erkennen inzwischen, und ich diskutiere sehr viel mit den Leuten vom VKI, mit den Konsumentenschützern, und die haben doch erkannt, dass wir da auf einem Irrweg sind. Natürlich haben immer ein paar gescheite Plätze, die das einfach rein als Honorarberatung machen, und wenn es uns der Gesetzgeber oktroyiert, bleibt uns nichts anderes übrig, muss man es lösen. Aber ich halte es in der jetzigen Zeit für sehr kontraproduktiv, da voll in diese Richtung einfach zu fahren, weil man damit den Banken das komplett in die Hand spielt. Und in der Phase, also wir haben auch das Konzept in der Schublade, was tun wir, wenn das Provisionsverbot wirklich kommt, und wir haben keine Angst um unsere Zukunft, im Gegenteil, ich glaube, dass wir in der Expansion vielleicht noch stärker werden, und ähnliches mehr. Aber das wäre in dem Fall, wäre das so wie Kameraden Diebstahl in einem Internat. Also das geht einfach nicht. Auch wenn ich mehr home will, aber das geht nicht. Das ist der falsche Zeitpunkt. Wir haben jetzt die Konsumentenschützer, und die erkennen, dass das reine Honorar nicht die Lösung ist. Aber das hat Jahre gedauert, und wir haben vor 14 Jahren schon eh von dir abgeschaut, das Honorar eingeführt, aber als Zusatzhonorar, als Betreuungshonorar. Und ich kenne ganz genau die Zahlen, von der Größenordnung her, wir haben 71.000 Kunden, ich weiß, wie viel bringt ein Kunde wirklich, und wir fassen es zusammen auf einen Privathaushalt, auch wenn wir 3.500 Firmen versichert haben, aber das separiere ich. Im Durchschnitt bringt uns im Jahr ein Privathaushalt 240, 250 Euro an Entgelt, inklusive unseres Honorars. Und nur im ersten Jahr, so das Provisionssystem so ist und bleibt, ist es mehr. Aber das erste Überprüfungshonorar wäre keine Kunst einzuführen. Nur die Frage ist, wie sieht der Kunde es laufend? Und wir haben da, und das kann ich Ihnen ein Negativbeispiel bringen, viele von Ihnen wissen, wir haben die 75 Euro jährliches Betreuungsentgelt, und wir müssen eines lernen, wir müssen im ersten Jahr nämlich viel mehr verlangen, weil es uns sogar nach 5 Jahren, du hast mir eh nichts mehr eingespart in den letzten Jahren, das passt eh alles, setzen wir mal ein paar Jahre aus. Und dem müssen wir erklären, dann müssen wir unsere Arbeit einstellen, weil nur mit der Provision alleine macht es keinen Sinn, diese Leistung zu erbringen. Und da haben wir gerne das Beispiel in der Werkstätte. Würden Sie Ihr Auto in eine Werkstätte stellen, wo oben drüber steht, wir verlangen nichts für die Arbeit, weil wir haben eh Handelsspanne 15 bis 85 Prozent, ich traue mir mein Auto nicht hinstellen, weil ich Angst hätte, dass ich das auch nicht einmal erklärt bekomme, dass ich einen neuen Motor brauche und das nächste Mal ein neues Getriebe brauche, wenn ich nur vom Umsatz der Ersatzteile leben. Also da habe ich schon Verständnis dafür. Und da ist schon ein Fehler in der Branche, den wir haben. Aber ich muss ja deshalb nicht von weiß rechts links außen, oder aus Ihrer Sicht rechts außen, bis schwarz links außen gehen. Das Leben ist grau. Auch ein weißes Auto hat schwarze Farbanteile, wenn Sie das wissen. Danke fürs Mitmachen, das war jetzt wirklich. Ich weiß nicht, in der Farbtypologie zwischen weiß und schwarz hat er, glaube ich, dich bei schwarz gesehen. Ja, das ist ja schwarz. Ja, genau. Nur zur Zeit. Wenn es dann kommt, werden wir viel lernen können. Aus Deutschland, nochmal in Deutschland jetzt auch nicht, ja schon lange am Markt und auch schon auch viele Kämpfe durchgefochten in Deutschland, um das Thema Honorarberatung voranzutreiben. Und da jetzt endlich, die Ergebnisse in Deutschland sind, da ist man wirklich, dieser Faktor wirklich existent. In Österreich noch nicht. Erstens einmal, worauf führst du das zurück? Und zweitens, siehst du das auch so, dass es schon ein Gap ist zwischen dem Anspruch und Honorarberatung ist für jeden Berater ein Thema und er sollte das umsetzen zu der Aussage von vorher, dass man das nicht für alle Produktgruppen und Asset-Gassen, Stichwort Versicherung und Vermögensberatung so einfach drüber schlagen kann, dass es einfach nicht geht in der Praxis. Also ich denke mal, man sollte vielleicht die Gemeinsamkeit erstmal herausstellen, denn alles, was hier gesagt wurde bisher, ist richtig. Das Thema für den Berater, für den einzelnen Berater, ist doch eigentlich die betriebswirtschaftliche Frage. Und Herr Grauf, Sie haben gerade eine Zahl genannt, 240 Euro. Und dazu passt eine Umfrage, die wir letztes Jahr im September gemacht haben, eigentlich zeitgleich mit Ihrer Studie von der ASKompakt, die ja ähnliche Ergebnisse gebracht hat, dass eben, also wir haben gefragt, wie viele Stunden das gearbeitet wird, also um das Ergebnis gleich vorweg zu nehmen, die Erstberatung eines Maklers, eines Finanzberaters, wird in der Regel auskömmlich vergütet. Im Durchschnitt waren das bei 261 Beratern, die sich da beteiligt haben, etwa 10,5 Beratungsstunden, die möglich waren. Das basierte auf einem Stundensatz, den die Berater bei der Umfrage auch selber ermitteln konnten. Da kam in der Regel zwischen, also Ausreißer von 140 Euro bis 250 Euro Stundensätze raus, wohlgemerkt im Provisionsbetrieb, die als betriebswirtschaftlicher Stundensatz notwendig sind für eine Beratung. Und da kamen dann im Schnitt etwa 10 Stunden auf Basis der Provision an Beratungsmöglichkeit heraus. Der Herr Graf hat gerade eine Zahl genannt, 240 Euro, was durchschnittlich mit einem Privathaushalt vermittelt oder erzielt wird. Wenn man sich das jetzt mal auf den Deckungsbeitrag umrechnet, was ein Berater letztendlich erlöst, dann kann er mit 150 Euro, wenn er intern kalkuliert, auch als Provisionsberater, was er an Notwendigkeit hat, was er erzielen muss, um sein Büro zu bezahlen, um sein schwarz-weißes Auto zu bezahlen oder was auch immer, da ist es dann eben so, dass er dann 150 Euro, 160 Euro in der Stunde braucht und dann hat er eineinhalb Stunden im Jahr, wenn überhaupt, die Möglichkeit, seinen Kunden zu beraten. Das führt dann dazu, dass er unter betriebswirtschaftliche Zwänge gerät und mehr oder weniger permanent neuen Umsatz produzieren muss, um die laufende Betreuung, das Sie dann mit einem Betreuungsengeld auch umlegen, das ist glaube ich auch der richtige Weg, sonst funktioniert es sowieso nicht, ein Provisionssystem, weil es schlicht und einfach zu wenig ist, was vergütet wird, um das überhaupt erbringen zu können. Also die Frage stellt sich doch eher für den einzelnen Berater, ist das Provisionssystem in der Lage, mir auskömmlich Erlöse zu generieren, um anschließend eine gute Kundenbetreuung herzustellen. Und das Honorarsystem dreht diesen Spieß um. Das heißt, wir schaffen praktisch alle Provisionen ab, wir machen die ganzen Nebenkosten auf Null, um den Berater in die Lage zu versetzen, Verkaufsgebühren, Gebühren, die mit den Cortagen zusammenhängen, die jetzt heute Versicherer einstreichen oder Investmentgesellschaften einstreichen, hin zu einem Beratungsengeld generieren zu können. Also alles, was damit zusammenhängt, mit Provisionen eben zugunsten des Beraters verwenden zu können. Das führt dann zwar dazu, dass man beim Erstgespräch, bei der Erstberatung, vielleicht nicht mehr die hohen Provisionen erzielt, die nützen aber den Berater ohnehin nur bei der Erstberatung und dann muss er eben den Kunden, der dann abgeschlossen wurde, auch über Jahre hinweg, 20, 30 Jahre im Personengeschäft, im Sachgeschäft weiterhin betreuen und hat dafür aber keine auskömmliche Vergütung mehr, weil die viel zu wenig ist. So und jetzt verschärft sich das Problem mit jedem neuen Kunden. Jeder neue Kunde ist morgen ein Bestandskunde, der eine gewisse Erwartungshaltung hat, die er dann erfüllt haben will. Wenn ich aber nur eine Stunde im Jahr Zeit habe dafür, diesen Kunden zu betreuen, dann muss ich mir die Frage stellen, ist das System das Richtige oder hilft es nur einem, nämlich dem Produktgeber? Das klingt gut. Die Frage ist jetzt natürlich, naja, das bezweifle ich erst einmal, aber die Frage ist, für mich, wenn wir jetzt einmal nüchtern betrachtet, also wir sind jetzt keine Konsumentenschützer, sondern wir können uns ein wenig aus, wie die Branche funktioniert und wie der Kunde tickt, dann ist es doch so, ich lege es immer wieder um aufs Versicherungsgeschäft, Sachgeschäft natürlich, meine aber schon auch, genauso auch das Vorsorgegeschäft. Das mit den Laufenden stelle ich Ihnen natürlich zu, weil logischerweise hat man ja laufend immer den Aufwand und gerade im Sachgeschäft, kann ich ein Buch schreiben darüber, gibt es sehr viele Schäden zu erledigen und so weiter. Aber gerade deswegen ist ja die laufende Provision so wichtig, weil es zwar schön klingt, was Sie sagen, und das klingt wirklich gut, nur das Problem ist, dass der Kunde es nicht so umsetzen wird und honorieren wird, weil das Problem einfach, entweder verdiene ich zum Beispiel am Anfang genug und ich habe dann Spielraum für die laufende Erledigung oder ich kriege es halt immer laufend, nur es ist eine Illusion, dass ich zum Kunden gehe und für Versicherungsgeschäft, das halt anders gesehen wird als das Kfz oder von mir aus der Anwalt oder wer auch immer, dafür dann immer wieder das Geld bekommen. Das heißt, der Schlüssel für mich liegt einfach in der laufenden Vergütung und zwar im Versicherungsgeschäft genauso wie im Vorsorgegeschäft, auch wenn jetzt das nicht so beliebt ist vielleicht bei den Vermittlern, aber der Konsumentenschutz zum Beispiel geht auch immer mehr den Weg, also in persönlichen Gesprächen, wenn man redet, die sagen eigentlich, wollen wir diese Honorarberatung gar nicht wirklich, weil die haben das schon gesehen, dass im Endeffekt der Kunde dann ja immer zahlen muss beziehungsweise realistischerweise wird er eben nicht immer bezahlen und sucht sich halt dann alternative Wege, die er glaubt, dass sie günstiger sind, Betonung auf glaubt und der Konsumentenschutz zum Beispiel forciert ganz klar inzwischen, der möchte einfach weg von, der hat ein Neid im Endeffekt, der möchte weg von der von der hohen Abschlussprovision und wenn das laufend vergütet würde, was sie ja auch sagen, dass das in Ordnung wäre, weil dann die Arbeit abgedeckt ist, das würde der Konsumentenschutz aus meiner Sicht, zumindest aus den Gesprächen, die ich geführt habe, eher forcieren. Und wenn man jetzt die letzte Richtlinie anschaut, die ja jetzt doch schon sehr, sehr konkret wirkt, dann geht es ja in Wahrheit in die Richtung, nur, was halt scheinbar nicht gelungen ist, die unabhängige Beratung, die kriegt grobe Provisionsverbot. Und da muss man sich dann die Frage stellen, was ist unabhängige Beratung? Ist ein Mehrfachagent mit 20 Gesellschaften, ist der dann unabhängig oder geht das überhaupt noch? Aber wie gesagt, die Kernaussage ist, was ich einfach nicht glaube und das wird sich wahrscheinlich oder leider bestätigen, falls es so kommt, aber ganz so kommt es eh nicht, es geht nicht in der Breite, in der Masse, ausreichend Honorar zu bekommen, um wirklich das abzudecken, was ich brauche. Und Sie widersprechen sich meiner Meinung nach, weil auf der einen Seite, kann ich nach und nach her zeigen, haben Sie ja dieses schöne Video, wo Sie die ganze Branche anpatzen mit Provisionsgeier und so weiter, das kann ich Ihnen vorlesen. Das ist leider nicht für uns, Herr Warnett. Naja, Sie sprechen mit gespaltener Zunge, meine ich. Aber, aber... Das Provisions-App war nicht? Das Provisions-App war nicht? Also, ich kann Ihnen sagen... Das reden wir gleich, über die Marketingstrategie reden wir gleich. Die Marketingstrategie ist meiner Meinung nach zu sprechen und auf der Homepage vielleicht was anderes. Aber Fakt ist, dass Sie selber auf der Homepage zum Beispiel schreiben, dass die Provision in Wahrheit zu gering ist. Das heißt, man braucht mehr und jetzt erklären Sie mal, wie das dann funktionieren soll. Dann müssen Sie es auch den Konsumentenschützern sagen, dass Sie mehr Provision wollen von den einzelnen Kunden, weil darauf würde es ja hinauslaufen, wenn es funktioniert. Aber... Das ändert nichts dran, wenn Sie jetzt dann nachher erklären, dass Sie dann ja mehr und effizienter arbeiten können, weil die Administration bleibt die gleiche, die muss ich trotzdem machen und so gesehen brauche ich im Prinzip jede Aktion ausreichend... Halt mal, wir müssen über das Thema jetzt reden, damit diese ganze... damit diese negative Energie raus ist. Das muss man jetzt einmal ausarbeiten und darüber einmal reden. Aber halten wir schon zwei Dinge auseinander. Das eine ist sozusagen, die Zukunft der Vergütung liegt in Form von Hunran, in welcher Art und Weise und wie Vergütungswegen andere als sie bisher sind. Das ist ein Fakt. Aber auf der anderen Seite ist sozusagen Deine die Position des VTH, der sagt, unser Weg ist der einzige. Und diese zwei Dinge würde ich persönlich auseinanderhalten und nach H-Beratung ist wichtig und gut und notwendig. Und die Frage ist jetzt, ob sozusagen die Art und Weise, wie die VTH es anbietet. Eine ist, die sozusagen passend ist, praxiskonform ist. Das wird teilweise... Reden wir jetzt noch ganz kurz über dieses... Ich sage, dieses Anpinkeln, sozusagen diese Marketingstrategie, wo man sagt, man geht gegen den Provisionsberater vor. Frage an dich, was bringt das? Was erwartest du dir davon aus der Aufmerksamkeit, die du bekommst? Also, danke für die Frage. Wir gehen überhaupt dagegen Provisionsberater vor. Ich selber, vielleicht mal aus der Vergangenheit, bin seit 92... Also ich bin seit 87 in der Branche. Von 87 bis 92 ganz klassisch in dem Vertrieb gewesen. Von 92 bis 2000 als Makler tätig gewesen. Ich habe da ausschließlich schon ein Honorar umgesetzt. Und in meiner Brust schlägt quasi auch ein Maklerherz, wenn das auch seit 2000, seit wir den VDH gegründet haben, mittlerweile eben reinrassig in dem Honorarmodell gemündet ist. Der Provisionsberater, wo kommen denn unsere Kunden her? Der klassische Provisionsberater ist ja eigentlich unser Kunde, der sich Gedanken darüber macht, sein Geschäftsmodell, sein Beratungssystem umzustellen auf ein anderes betriebswirtschaftliches System. Und da geht es gar nicht darum, dass Provisionsberatung schlecht ist, Honorarberatung immer gut, denn die Qualität des Beraters liegt in seiner Qualifikation, nicht im Vergütungsmodell. Das Problem, was wir... Ich muss nur fairerweise sagen, Herr Wunberg hat jetzt gerade ein paar Bilder aus von eurer Homeplay-Checker gezeigt, Finanzhaie und Provisionsgeier. Dieses Video ist... An alle Finanzhaie, Provisionsgeier, Geldhelden, wir wissen, wie ihr uns ausnehmt. Immer und immer wieder. Müssten wir mal abstimmen lassen, jetzt wie viele solche Finanzhaie... Das muss man jetzt vielleicht wissen, wo das herkommt. Das ist eine Initiative, die gibt es in Deutschland. Da gibt es mehrere Verbände in der Honorarberatung. In Deutschland haben wir mittlerweile um die 2000 Berater. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Initiativen. Das ist dauernd noch harmlos. Da müsste man sich auf YouTube, kann vielleicht jeder mal anschauen, wie der deutsche Konsumentenschutz umgeht. Da gibt es ein Video, nennt sich Finanzhai. Auch das haben wir öffentlich sogar kritisiert, denn es geht nicht darum, einen Berater, der Provision nimmt, schlecht zu reden. Um das geht es gar nicht. Sondern, wenn ich das Video anschaue, glaube ich, sind wir uns alle einig, es gibt einfach, in Österreich heißen es, glaube ich, dann drei Buchstabenvertriebe und so weiter, die das Image eines Maklers, eines... OBI. OBI oder... OMV. Irgendwie so in der Richtung. VDH. VDH. Ja, es ist letztendlich... Ich weiß nicht, ob das so interessant ist, dass wir uns gegenseitig da das Gesicht einhauen. Ich glaube, Sie sind so bedeutungslos im Markt, dass wir sagen, es ist gut, mit Ihnen darüber zu reden und zu schauen, wo sind wirklich Ideen dabei, wo wir lernen können. Und ich glaube, dass es Ideen gibt, wo man wirklich lernen kann von dem, was Sie tun. Aber schauen wir, wo ist die Wurzel? Die Wurzel des Problems ist, dass ein Konsumentenschützer ist einfach der, weiß ich nicht, 1500 Euro netto gehalten hat, es nicht einsehen will, dass man bei einer Finanzberatung, und der sieht ja nur die Lebensversicherung als dieses Thema an, wo es halt in eineinhalb Stunden Beratung vielleicht 5000 Euro beim Bildungsträger, wie es war, oder da ist so viel Emotion entstanden und da muss man Verständnis haben für diese Menschen. Die kapieren das nicht mehr, die sehen gar nicht mehr die Arbeit dahinter, die sehen das alles nicht. Weil auch wenn ich so einen Stundensatz höre, wissen Sie, so gut können es gar nicht sein, dass ich Ihnen 250 Euro pro Stunde zäufe, desto Sie mir ein bisschen was erzählen. Tut mir leid. Das ist ja auch nicht die Realität. Ich weiß nicht, wer von Ihnen 250 Euro im Durchschnitt Stundensatz hat. Das ist ja alles eine schmaffodige Geschichte. Ich weiß ganz genau, wie viele Menschen wir beschäftigen, wie viel die Stunde tatsächlich bringt und wie viel sie kostet. Und ich brauche mir nur die Differenz hernehmen. Von der Offenlegung habe ich ja kein Problem. Und was wir gemerkt haben in Diskussionen mit den Konsumentenschützern, sobald wir aus dem Kopf der Konsumentenschützer und damit auch aus dem Kopf der Journalisten eines rausbringen, dass nämlich diese Front-Up-Provision ein verdientes Geld ist, wenn wir das als Kredit darstellen gehen, was es ja de facto ist, ein 5-Jahres-Kredit, ist auf einmal das Thema weg. Und das ist genau der Grund, manche verstehen nicht, warum ich momentan in der Pressearbeit so sehr viel das Thema laufende Provisionen in der Leben bin. Das ist der einzige Grund, um endlich von dem, dem Thema abzulenken. Weil vielleicht haben wir da noch eine Chance rauszukommen, aber an und für sich die Versicherer, ob die uns Kredite geben, nämlich, wo es das Gleiche ist, nur sie müssen es ein bisschen anders darstellen, oder Vorschuss-Provision, ist ja kein Unterschied, außer, dass man noch die Verzinsung einrechnen muss. Und dann sieht es auf einmal ganz anders aus, dann reden wir vor ein paar Prozent Provision und die ist ihnen auch kein Konsumentenschützer zu neidig. Also wirklich, ich bin wirklich im persönlichen Dialog mit denen und wo man drüber diskutiert, das heißt, die haben damit kein Problem. Die haben auch geglaubt, dass die Produkte deshalb so schlechte Werte haben, weil die Provision so hoch ist, bis ich beweisen konnte, dass drei, vierfache der Provision auf die gesamte Laufzeit ist zu verbessern, wenn man bei den Produkten dahinter genauer hinschaut, wo die hohen Kosten sind. Das heißt, es sind nicht wir, nur alle haben eine Freude, wenn wir uns gegenseitig die Goschen einhauen und in der Zwischenzeit die Banken einfach das Geschäft einsackeln und wir damit ein wenig vor die Hunde gehen und ich würde es schade finden, wenn der unabhängige Berater verschwinden würde im Markt. Das ist schade, das wäre vor allem schade für die Kunden. Ich mache mir um uns wirtschaftlich keine Sorgen, auch um sie nicht wirklich, weil sie finden auch einen Weg, dann heißt es halt anders. Also man darf nicht unterschätzen, das Leben mit dieser Lebensenergie ist wie Wasser. Das findet immer wo einen Weg. Aber verzeihen Sie mir, so wichtig ist das nicht und ich halte es nicht für richtig, in der Zeit mit so einem Epp auf den Markt zu gehen, auch wenn es en vogue ist, auch wenn es super ist, dass man da an der modernen Technik dabei ist und wir machen auch viel Presse mit diesem ganzen Spielzeug. Es ist schon sehr hilfreich. Aber damit Öl ins Feuer zu gießen, das ist das in einem so an den Kinderfilm Grisou, der kleine Drache, der Feuerwehrmann werden will. Das passt nicht. Wir haben noch gestern festgestellt, dass das Thema Unabhängigkeit, wie kann man das Image verbessern und so weiter, uns allen eigentlich am Herzen liegt. Unser Gegner sind weder Sie, noch der Herr Wack-Kubinger, noch die freien Berater. Wie gesagt, ich war selber jahrelang, seit 25 Jahren in dem Geschäft, freier Berater. Unser Ziel ist es, dem Berater eine Alternative zu bieten, das, was ja letztendlich Sie auch machen. Aber sagen Sie uns Ihre Kalkulationen. Darf ich kurz fertigreden? Sofort, aber sagen Sie die Kalkulationen. Sie sind ja gleich wieder dran, Herr Graf. Lassen Sie mich halt mal fertigreden. Ist ja in Ordnung. Das Ziel ist es, letztendlich dem Berater eine betriebswirtschaftliche Grundlage zu geben, wo er selber sein Modell für sich das beste Modell findet. Das kann dann bei Ihnen sein, das kann bei einem klassisches Maklergeschäft sein. Am Ende des Tages geht es darum, dass der Kunde eine gute qualifizierte Beratung bekommt und die kann er vom Makler bekommen. Die ist unbestritten, auch mit Provisionen. Das kann aber auch der Honorarberater sein. Und ob das funktioniert oder nicht, das entscheidet ja letztendlich der Markt. In Deutschland hat es der Markt mittlerweile, wir haben 1400 Berater, 452 Unternehmen angeschlossene, über 30.000 Kunden, also so bedeutungslos sind wir dann auch nicht, verwalten 1,5 Milliarden Bestände, wir haben etliche institutionelle Partner mit insgesamt einem 3,5 Milliarden Bestand. Also so bedeutungslos ist es nicht. Ich stimme Ihnen zu. In Österreich sind wir niemand, gebe ich Ihnen auch recht. Das war aber vor zwölf Jahren auch nicht anders. Da waren wir auch niemand. Und wir wollen einfach nur eins, eine Alternative bieten. Wenn das 100 Berater in Österreich sind, die diese Alternative nutzen, dann sind das 100 Berater. Wenn es 300 sind, dann sind es 300. Und ich stimme Ihnen zu, wir sollten damit aufhören, sich das gegenseitig kaputt zu machen, weil, wie wir gestern alle auch festgestellt haben, das Geschäft holen wir uns eigentlich von den Banken. Und nicht von uns gegenseitig, sondern da ist eigentlich der Hund begraben. Dort ist nämlich keine unabhängige Beratung. Dort wird letztendlich vorgegeben, was zu verkaufen ist. Und das ist beim Berater, beim Makler eben nicht so. Was aber dazu kommt, ist ein betriebswirtschaftlicher Zwang. Und dieser betriebswirtschaftliche Zwang ergibt sich gerade bei kleineren Maklern eben aus dem Provisionssystem, dass eben keine auskömmliche Vergütung vorhanden ist. Jetzt kann man das lösen mit Zusatzhonoraren, so wie Sie das mittlerweile schon machen. Oder aber man sagt, man verzichtet vollständig auf eine Provision und hat dafür auf die Provision oder auf sämtliches Entgelt. Sämtliche Provisionen. Weil ich schaue mir das seit Provisionen. Das ist das Gleiche, wenn ich in Werner-Bawik seit 20 Jahren zuhöre, dass er 100% der Provision hergibt. Wir deshalb kein Geschäft gemacht haben, weil ich das als Lüge empfunden habe. Und ich kenne die Deckungsbeitragsrechnung, sage 20% Overhead hat er immer gehabt. Und das ist das, wo wir uns selber belügen. Das ist Kameraden-Diebsteuer wie im Internat. Und du weißt, ich war ein Jahr im Internat, dem hätte man die Decken gegeben. Danke für diese Info. 100% Provision. Sämtliche Vergütungen. Heißt natürlich, wir haben ein Markenrecht. Sämtliches Geld. Sämtliches Geld, ja, ich gebe Ihnen recht. Wir haben ein System, wir haben ja das revolutioniert, wir haben das komplett ausgebaut in die Richtung, wir nennen das Nettoprinzip. Der Herr Feider-Malberg ist jetzt da, wir haben mit der Kapitalbank eine Vereinbarung mit allen Banken, Depotbanken ohnehin. Wir kriegen von den Depotbanken, von allen Banken unter dem Label Nettoprinzip 100% dessen, was die Bank selbst erhält. Das heißt, jeglicher Wertschöpfungsweg, jeglicher Punkt in der Wertschöpfungskette ist honorarbasiert. Das führt dazu, ich bringe ein Beispiel, ein Black Rock World, Meining, wir haben ja einen Herrn Baniay da, der zahlt in der Spitze 112 Basispunkte an Bestandspflegeprovisionen. Diese 100, in Österreich weniger, aber es ist... Dankeschön, danke. Karl, das wollte ich da jetzt nicht antun, aber da war es dir selber schuld. Also, wir kriegen letztendlich immer 100% und das Gleiche machen wir auch im Versicherungsbereich. Das heißt, wir nehmen nicht nur die Quartagen weg, sondern wir nehmen auch die Quartage abhängigen Verwaltungskosten. Und dann hat der Berater... Beenden wir das Thema VDH, bitte, wir machen jetzt... Beenden wir das Thema VDH auf diesem Podium jetzt. Ich habe nur angefangen damit. Ja, ich weiß schon, wir wollen jetzt keine... Wir haben es besprochen, wir haben uns was gegeben, es war Spaß, war lustig. Lassen Sie uns jetzt bitte jetzt über die Zukunft reden. Gibt es Möglichkeiten, gibt es Wege, wo ich aus diesem Entweder-Oder-Thematik rauskomme und, lieber Franz Ruflinger, gibt es Möglichkeiten, da rauszukommen? Gibt es auch Erfahrungen, die du selbst hast und Überlegungen hast, die du selbst hast? Wie kann es sein, wie kann es funktionieren, auch mit noch so starken Repressalien, sei es jetzt von oben oder von der Seite, sprich Mitbewerber? Ja, also für mich habe ich jetzt die Überlegung beziehungsweise da auch schon mit verschiedenen Kollegen gesprochen, wenn man jetzt immer jetzt aufbauend auf dem Szenario, was jetzt die letzte gesetzliche Richtlinie ist, wo es ja doch immer klarer wird, wo es hingeht. Also als eher größerer Markerbetrieb sehe ich folgendes Szenario, dass ich einfach in Zukunft in der Vergütung oder im Zugang auf den Kunden einfach flexibler werden muss. Das heißt, für mich ist es zum Beispiel vorstellbar, aus jetziger gesetzlicher Sicht, also immer so gesagt, sofern nichts geändert wird in den gewerblichen Rahmenbedingungen, ist es für mich vorstellbar, dass zum Beispiel mein Markerbüro mal einerseits Gewerbeberechtigung als Mehrfachagent eröffnet. Das heißt, da muss ich mir natürlich anschauen, was versteht man denn dann, wie vorher schon gesagt, unter unabhängig. Jetzt habe ich mal vermutlich die Größe, dass ich schon ein paar Gesellschaften zusammenbringe. Also das wird mal für eine gute Beratung reichen. Und im Maklerbereich werde ich dann voraussichtlich hauptsächlich im Gewerbebereich oder im High-Level-Bereich der Privatkunden oder vielleicht auch im Vorsorgebereich einfach die Alternativen anbieten und sagen, Konto, du hast die Möglichkeit, wir fahren auch die Honorarschäne, nicht über VDH, aber wir fahren die Honorarschäne und zweitens die Provisionsschäne. Das heißt, der Konto wird hier einfach frei erwähnen können. Meiner Meinung nach wird es schlussendlich so ausgehen, das ist jetzt vielleicht die gute Botschaft für die Vermittler, Also ich bin überzeugt, unser Betrieb wird mit dieser Schiene im Massengeschäft mehr Geld verdienen. Weil du dir das wahrscheinlich nachher nicht gibst. Bei den kleinen Produkten schämst du dich wahrscheinlich sogar, wenn du die kleinen Kortagen anführst, weil das glaubt der Kunde gar nicht. Und du wirst wahrscheinlich im großen Bereich wirst du eher abschneiden müssen. Also dort, wo du sehr große Geschäfte oder sehr große BRV-Geschäfte oder so, dort wirst du wahrscheinlich weniger verdienen. Aber dieses Szenario sehe ich aus jetziger Sicht, dass möglich ist. Zu klären wird es ein in Zukunft. Jetzt erstens mal mit dem Gesetzgeber auch, dass das eben hier möglichst moderat kommt. Und was machen im Endeffekt die ganzen kleinen? Interessant ist ja, die Erwartung, welcher Blickfeld hat, bei der Wahlberg, Sie haben ja gestern erzählt davon, dass Sie im Private Banking ja auch diese beiden Modelle anbieten, den Kunden. Und dass letztendlich die Mehrzahl der Kunden, habe ich es richtig im Kopf, sich dann für das alte Modell entscheiden. Wie ist da die Prozentsatz in etwa nochmal? 90 Prozent sagen, bitte, lassen wir es so wie bisher. Das würde sich mit der Vermutung, wir haben jetzt nur eine Umfrage, dahingehend natürlich, was glauben die Vermittler, wie die Kunden sich entscheiden. Das ist natürlich etwas eingeschränkt. Aber rein von der Logik her, wenn ich jetzt so mir denke, der Durchschnitt der Kunden, kann ich mir nicht anders vorstellen, wenn du ihm das anbietest. Der sieht immer nur das, als wenn er extra etwas bezahlen muss. Und in Wahrheit, auch wenn jetzt ein Honorarmodell vielleicht, unterstellen wir mal, es ist absolut edel und ganz, ganz lieb. Also es gibt gar nichts anderes mehr, was bezahlt wird. Hat der Kunde trotzdem irgendwo das Gefühl, also er hat trotzdem vielleicht nicht den Gesamtpreis, er muss noch extra etwas bezahlen. Und so hat er alles beisammen. Und da kann er für sich eh feststellen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Und sogar im großen Gewerbebereich stelle ich fest, weil wir haben teilweise sehr große Kunden. Und die großen Kunden fragen natürlich immer wieder, spätestens wenn man Greco dort war oder so, dann fragen sie immer, wie ist denn das eigentlich mit dem Honorar? Wie schaut denn das aus? Und wie viel kriegt sie eigentlich? Und ich sage denen meistens Durchschnittsätze, die nicht gelogen sind. Nämlich über den gesamten Bestand, wenn Fuhrpark und so auch da ist. Und da reden wir teilweise von richtigen Beträgen. Und die Kunden nicken das in der Regel ab und lassen zu. Ich bin ja überrascht, dass es nicht mehr ist. Ich komme jetzt zu allen Modellen, nur um das abzugleichen. Ist das genauso möglich dann im Wertpapierbereich, es wurde vorher erwähnt, jetzt mit der Plattform, ist es genauso möglich im Wertpapierbereich so ein Honorarmodell zu fahren für den Einzelberater? Also jetzt nicht im Private Banking, sondern auf der Plattform haben wir die Honorarberatung im Angebot. Wird das genutzt? Wird es überhaupt angenommen? Nein. Also, aber ich muss ehrlich sagen, man tut sich natürlich leichter aus dem Private Banking kommend, wo die Kunden sich es schlicht und ergreifend leisten können, weil im Schnitt verdienen wir 7.000 Euro im Jahr für diese Kunden. Da kann man ein paar Stunden dafür arbeiten und da sind dann Stundensätze von 250 vielleicht doch drin. Aber die Kosten einer Bank sind halt vielleicht höher. Das, was wir gemacht haben, ist ja nichts anderes als das, was vielleicht in MIFI 2 kommt. Ich stelle den Kunden am Beginn vor die Wahl. Ich sage ihm, Private Banking kostet 1% pro Jahr und du kannst es dir aussuchen, wie du es bezahlen willst. Du kannst es bezahlen über die Produkte, Innenprovisionen und über Transaktionen, aber wir werden, wir versprechen dir eines, schon vor dem Abschluss, totale Transparenz hinsichtlich dessen, was wir verdienen. Und quartalsweise bekommt er seine Konto- und Depotauszüge und Bewertungen und da steht auch genau drinnen, so viel Provisionen haben wir an dir verdient. Da steht dann 16.000 Euro oder 20.000 Euro oder ähnliche Beträge. Am Anfang haben wir, ganz ehrlich gesagt, Schiss gehabt. Was werden die Kunden sagen, wenn sie solche Beträge lesen? Aber ich sage ganz ehrlich, es hat funktioniert, es hat keine großen Beschwerden gegeben und man hat ein Problem nicht. Wenn in drei Jahren, in fünf Jahren, wann auch immer es zur gesetzlichen Pflicht wird und man muss das erstmals zeigen, dann hat man kein Thema mehr. Wir haben es freiwillig gemacht, aus Überzeugung sofort und nicht irgendwann einmal aus gesetzlichem Zwang heraus. Und wenn Sie Vertrauen haben wollen von Ihren Kunden, dann müssen Sie so reif sein, so mutig sein und auch so überzeugt sein von dem, was Sie tun, dass das etwas wert ist, ist, dass Sie sagen, das kostet es. Und dann soll der Kunde entscheiden, ob er es lieber so oder so bezahlen will. Und wie gesagt, 90% der Kunden sagen, na, lassen wir es, passt eh. Da bin ich ganz kurz. Also, ich fände es grundsätzlich natürlich richtig. Ich glaube, dass der Vermittler aus jetziger Sicht vielleicht noch schwer vorstellbar, aber wenn mal die gesetzliche Grundlage da ist und man sich entschieden hat, mehr Regionen zu fahren, vielleicht sogar innerlich freier wird. Weil er nämlich dann eigentlich, jetzt blöd gesagt, nicht mehr mit schlechten Gewissen rumlaufen braucht, sondern eigentlich relativ klar sagen kann, so oder so oder so ist das. Und der Kunde ihm ja eigentlich signalisiert, okay, ich akzeptiere das. Das ist die Szene. Das Zweite ist, trotzdem muss man sagen, ist unsere Branche auf eine gewisse Weise schon ein wenig pervers. Also, wir diskutieren uns selber eigentlich rein, dass es schön ist, wenn wir den Kunden das alles aufzeigen und das alles genau wissen soll, weil wir sind ja so, also, wenn man es mit anderen Branchen vergleicht, ganz normal ist es nicht. Also, besser wäre es meiner Meinung nach schon, wenn die Branche einmal in sich, egal welche Gewerbeberechtigungen, welche, das meine ich jetzt alle damit, gemeinsam marschieren würden und einmal grundsätzlich versuchen, für die Branche das Beste zu erreichen und dann akzeptieren, was der Gesetzgeber beschließt und das dann entsprechend positiv umsetzen. Das geht mir in unserer Branche ab. Also, das ist irgendwo so ein gewisser, kleiner Voyeurismus in die Richtung. Ich kann das noch unterstreichen, was der Herr Feider Malberg gesagt hat. Übrigens, vor sieben Jahren waren Sie bei uns in Deutschland ja auch schon auf einer Veranstaltung mit vollen Räumen. Also, da ist es mittlerweile auch akzeptiert, hat fünf Jahre gebraucht und von daher, die Bedeutungslosigkeit nach zwei Jahren ist natürlich völlig klar. Ja, ja, wenn es die Werbefahnschaft ist, aber das Thema ist wirklich, was der Herr Feider Malberg sagt, diese Transparenz, die dort gelebt wird, eins zu eins gelebt wird, schafft natürlich auch massives Vertrauen. Wir haben das gestern auch mal so angehört, was letztendlich die einzelnen Workshops ergeben haben und da stand ja auch immer, wie kann man das Image verbessern? Und da kam dann der Anwalt als Vergleich, der Steuerberater und es wird immer mit diesen Gruppen verglichen. Und da ist es aber so, wenn ich heute zum Steuerberater gehe, dann weiß ich ganz unten am Rechnungsbetrag, was muss ich bezahlen für diese Dienstleistung. Wenn ich zum Herrn Brandl gehe, dann weiß ich, ich kriege am Ende einer Stunde eine Honorarnote gestellt und weiß, was mir das kostet. Das weiß ich vorher. Und wenn ich heute bei einem Verbraucher bin und lege einfach mal wirklich offen, was denn, das muss man ja sowieso, gesetzlich wird sowieso gefordert, wenn ich dem hinlege und sage, für eine vorgebundene Rentenversicherung bekomme ich meinetwegen 1500 Euro Provision, dann stellt doch der Kunde auch dann nicht mehr die Frage, was ist die Alternative dazu? Ich könnte ja auch direkt ein Honorat zahlen, kriege aber dann am Ende, wenn das vollkommen provisionsfrei ist, um das Beispiel zu nennen, in einem Honoratarif 40.000 Euro höhere Ablaufleistungen durch völlig fehlende Kosten. Jetzt macht man einen Barwert mal, rechnet das runter und sagt, mit einer gewissen Abzinsung ergibt es vielleicht 6.000, 8.000 Euro zum heutigen Wert, dann ist das so, als würde der Honorarberater mehr oder weniger sein Honorar gleich selbst mitbringen. Und dann ist natürlich eine andere Gesprächsgrundlage da und im Fortlaufenden, dann in der Betreuung, auch bei uns wird jede einzelne Position, also jeder Kickback, in der Honorarrechnung ausgewiesen. Das heißt, er sieht auf Hölle und Cent, per Knopfdruck kann jeder Berater nutzen und entscheidet dann hinten mit dem Klick, dass er alles zurückgeschaut hat. Ich denke nur, bevor wir jetzt bitte, ich gebe euch beiden, wir müssen Gesundheitsvorsorge und alle wissen, wir müssen täglich laufen und wir müssen weniger essen und anders essen, wir wissen das alle. Wir kommen jetzt zum Ende dieser Diskussion, ich gebe euch beiden das Schlusswort bitte. was mir nur wirklich immer wieder nur abgeht in dieser ganzen Diskussion, ist die fehlende Differenzierung. Ich persönlich bin der Meinung, und dafür hat mich noch keiner vom Gegenteil überzeugt, ist das einfach, dass es ein großer Unterschied ist, ob ich Investmentberater bin, Portfolio-Lösungen mache, was auch immer, ob ich ein Versicherungsmakler bin, der sachlastig ist, oder ob ich nur Vorsorgeberatung mit Fondspolitik, was auch immer mache. Das sind drei verschiedene Berufsgruppen, die wahrscheinlich in Zukunft unterschiedlich vergütet werden. Ich möchte euch gerne das Schlusswort geben, euch beiden, und möchte wissen, wie in 2020 diese drei Berufsgruppen bitte um Differenzierung vergütet werden. Bitte. Also ich glaube mir, dass die Differenzierung so ist, dass es unter Anführungszeichen am leichtesten für den, ich sage es mal, für den Versicherungsberater wird. Weil ich eben nicht ganz sicher bin, ob, also eine These ist, auch unbeliebt, aber es kann sein, dass es in fünf oder zehn Jahren nur mehr 300 Versicherungsmakler gibt. Das ist aber jetzt nicht so dramatisch, sondern die sind dann wahrscheinlich Agenten, wieder unbeliebt. Aber das könnte sein. Aber Versicherungsberatung wird es meiner Meinung nach einfacher haben, weil der Versicherungsberater ständige, laufende Leistung besser darstellen kann. Meiner Meinung nach. Und das Gebiet vielleicht noch um eine Spur komplexer erscheint. Es ist nicht gesagt, dass es auch immer so ist. In der Vorsorgeberatung sehe ich es vielleicht am schwierigsten, weil dort der Kunde, glaube ich, den laufenden Betreuungsbedarf nicht so erkennen wird. Und ich glaube, dass diejenigen, die ursprünglich Lobbing für diese Themen betrieben haben, so unter dem Motto die Geister, die ich rief, das ist ja zehn Jahre aus und länger, also gewisse Versicherungsgesellschaften, jetzt auch nicht mehr ganz sicher sind, ob das gut war, beziehungsweise es öffnen sich hier meiner Meinung nach wirklich erstmalig die Chancen für das Internetgeschäft. Weil auch wenn der nette Honorarberater das alles schön berät, behaupte ich mal, dass der Kunde, auch der Provac-Kunde, so ein Schlitzor sein wird und sich Alternativen ansehen wird. Und er wird nicht genau erkennen, ob er so viel Vorteil daraus hat. Das heißt, das Internetgeschäft, glaube ich, wird dadurch mehr werden und der Vorsorgeberater, wenn wir ihn mal so bezeichnen, wird es meiner Meinung nach eher schwer haben und wird eher nur mehr im größeren Geschäft und dort, stelle ich zu, eher auf Honorarberaterbasis agieren können. Im Investmentgeschäft glaube ich, dass es möglich ist, wieder eher mit Honorar, sicher auch, aber mit laufender Vergütung, dort ist auch immer wieder eher so laufende Arbeit notwendig. Das kann der Kunde eher einziehen. Das ist meine Meinung. Dankeschön. 2020 stimme ich komplett überein, dass in der Versicherungsberatung sich das zwar verändern wird, wie viel gibt es in welcher Berufsgruppe, aber an und für sich, die Menschen werden gleich viel Versicherungen haben, werden vielleicht ein bisschen weniger Beratung brauchen, aber die sind so intransparent geworden, dass man eher mehr Beratung braucht. Das haben wir alle nicht erwartet gehabt. Der Vermögensberater, der hat sich ja, das ist ein ganz junger Beruf und ich glaube, dass der aus dieser Krise, dass da eine Chance werden wird, dass er in der Wahrnehmung der Seriosität eine große Entwicklung durchmacht, weil selbst die Strukturvertriebe, die verbönt sind, was machen die heute an Ausbildungsprogrammen, ich habe vor 25 Jahren Strukturvertrieb gemacht, wenn ich das mit heute vergleiche, muss ich mich zutiefst verneigen, was die zusammenbringen heute und die werden auch in der Vorsorgeberatung wahrscheinlich auch wieder aus der Not heraus, aus der Krise eine Chance machen und werden wieder, also alle, die glauben, die werden verschwinden, die sage ich gleich, vergessen sie das. Die wird es immer geben und die werden manches einfach ganz gut auch entwickeln, wovon wir zuerst schimpfen und uns später profitieren. Die werden diesen Bereich, glaube ich, am besten lösen, denn die haben in erster Linie mit Neuanfängern zu tun, weil einer, der einen großen Kundenstock hat, der stellt den Kundenstock um auf ein neues Vergütungssystem und der schnappst das aus mit seinen Kunden, weil die ihm ja vertrauen. Das heißt, die haben nicht wirklich das Problem, aber alle, die nur im Neugeschäft sind, die müssen innovativ sein und da schauen wir einfach zu, was die machen und dann schauen wir, was für eine gute Idee dabei ist und das verwenden dann die Vollprofis hier und da einfach auch oder noch verbessert. Aber Zukunftsangst brauchen wir keine haben, davon bin ich überzeugt. Es wird dann in irgendeiner Form und ich sage nicht, muss ich nicht Provision heißen, weil auch im Banking-Bereich, die leben ja auch nicht nur von diesen Honoraren, wie man hört, 10 Prozent und selbst da gibt es immer eine Form der Umsatzvergütung, das heißt dann halt anders. Das heißt nur anders. Also da bin ich frei von jeder Sorge und wir sollen uns bis dahin, wir sollen nicht die große Angst haben vor dem Weltuntergang, weil dann passiert da irgendwo anders. Der Herr Samuilow hat ja gestern auch schon in der ersten Diskussion gesagt, seien Sie gefälligst optimistisch und das war also wirklich auch ein ähnliches Wort. Vielleicht noch zum Abschluss eine private Frage. Ich war nicht in einem Internat, was heißt jemandem die Decken geben? Ich werde für mich ein Erlebnis nie vergessen. Ich war einfach frech und in den älteren Jahrgängen, da habe ich halt geglaubt, naja, ich habe ja eh die starken Erzieher hinter mir. Und da bin ich mit Beschwerden gegangen, wie die mit mir umgegangen sind im ersten Jahrgang. Da habe ich heimgewarnt, als 14-Jähriger, wie ein kleiner Bub. Da gibt es tatsächlich, die denken, da gibt es tatsächlich gewisse Dinge, wo man sagt, das ist gar nicht einmal fair. Aber da habe ich gelernt, hoppala, es gibt einfach ein gemeinsames Mütternand müssen und nicht sich immer verstecken hinter irgendeinem Starken. Und das ist der Erzieher oder wer auch immer und das ist spannend. Also da wird härter gerichtet, als es jedes Gesetz zulassen würde. Und das wissen alle, die in einem Internat waren. Und das hat aber nicht geschadet. Also wenn man das Glück hat, so nahe jetzt da beim gesessen zu sein, weiß man, dass das eine internationale Sache war. Vielen Dank. Danke Josef Graf für die Offenheit. Danke Franz-Achubiger. Danke Dieter Rau. Danke.